Ich habe mir erzählt, dass seine Tochter sehr krank war. Als wir kommen zum Chester hat er sehr stark getanzt. Mit dem Tanzen hat er angeheben, zu reden zu den Eibister. Er hat gesagt, dass der Eibister gebeten hat, so blasen Schäfer, hat Merel geblasst Schäfer. Der Eibister hat gebeten, wenn der Eibister gebeten hat, wenn er die Eibister schlägt, wenn er die Eibister schlägt, wenn er die Eibister gebeten hat, hat er mehr gefolgt. Der Eibister hat gebeten, als sie zu tun, als sie zu tun haben. Ich habe ein Problem. Wie kann ich mit dem Eibiter zu tun? Ich habe eine Art und Weise. Aber der Eibister hat auch gebeten, als sie eine Art und Weise. Ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, dass ich das nicht so mache. Und das ist ein bisschen besser. Es ist überall bei Jeden. Das ist, dass die Kabula in der Schmache ist doch ein Jesus. Aber in der Schmache ist doch alle gewöhne, dass es sehr gut ist. Das ist, dass die Schmache in der Schmache ist, Bechlell auf Siemche. Und beim Maler auf der Schterngen zu Siemche, das Sieberzig. Es ist doch... Es ist doch sicher, wenn du wirklich Rebbe erzählst. Also... Es ist ganz wichtig, es ist der Maizab. Es ist noch ein paar Sachen, also Rebbe Mera, der Zelt, und der Rebbe Ratschab. Es ist so. Aber er hat gesagt, dass er eine Pseite, eine Pseite, und er hat eine Pseite. Er hat nicht gewusst, er hat mich gekannt. Er hat nicht gewusst, wenn er das Rebbe hat. Er hat angegeben Fragen. Er hat nicht gewusst, dass er geworfen wird. Keine kennen ihn nicht. Es ist in der Baal geworden, dass ein Pseite von Paritsch, was er lernt bei der Pseite Paritsch, oder hat gelernt bei der Pseite Paritsch, aber es ist nicht gewusst, er kennt dich davon. Es ist ein bisschen, dass er rein zum Taten und er hat nur ein paar Pseite gefragt, was ist das? Er hat ziemlich gesagt, er hat gesagt, er ist nicht gelöscht, aber der Nukudi ist, also Said ist sehr stark, und bei ihm ist da der Kabula Besimche und er ist nicht gelöscht. Er sagt, dass er mit Kabula Besimche mitnisch gehen tanzen kann. Das heißt, er kann sein, in der Pseite ist gelöscht. Und gerade, er ist Aida Landen oder er ist Aida Mohsen, er ist auch nicht Pastos, er ist nicht Nicker, und er hat geendigt, und zu Tage, zu Aza, wo es heute wird, auf die Linie von Kabula Besimche, es kommt ihm, es soll sein Teva nirrweinig. Und Aza ist geschehen, bis drei Jahre später, er ist der Jid, was nicht gehört von ihm, er ist angekommen mit Aminien Chzidien, was er hat genommen auf der eigenen Aza ist, mit dem Olaz hat sich gekehrt bei ihm, den ganzen Masel, und er ist... Und das ist der Jesidus von Darke Achzidis, er ist erstens der Kabula Besimche, und noch ein Jesuat, was man sagt liberal, dass Aza ist von dem, dass er sein Teva nirrweinig. Er ist, ich meine, in unserer Zeit, da ist es die richtige Zeit schmussen wegen der Linie, aber das letzte Woche, haben wir ein bisschen herumgerät wegen des Jens. Und wir reden wegen des Jens, das ist nur ein Seid von der Matbehe, also zu Magdor sein, was ist die Nisoyen, was ist die, was der Paschus in den Nisoyen, ist, also ein Problem mit Gesundheit, mit Parnasse, eine Störung auf der Weide. Und er sagt, dass er nicht die Matzis ist. Das war auch für ein Loschen von der Rebbe in Ygris. Der Rebbe schreibt, dass der ganze Matzis von der Zorre, er sagt das erst, der Zorre ist, sie befindet sich nur in deinem Kopf. Wesehu Matziusa? Das ist, das ist, allderech der Agdor, wie man hat gelernt, von Anisoyen. Was ist, was ist der, ich meine, was ist der Eiz, also, ich komme zu Anisoyen, und das ist ein ganzes Mal. Und das ist ein ganzes Mal. 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 Und das ist ein ganzes Mal. Aber mit allem, der Chabad-Chassi darf da ein Ruf legen, da hat Gosch auf noch eine Worte. In der Welt sagt man einmal, also ein Koch, man darf also gucken. Aber es ist dort, wie ist bei uns. Zu sein, ein Koch ist nicht genug. Man darf, man lernt nicht, wegen der Union, mit der Klugschaft allein kann man nicht durchsperren, die Sache. Man darf, durch lernen und sich benutzen mit verschiedenen Eizboden, zuzugehen zu der Sache. Aber es ist dort, wie sagt sie, sie werden dort, sie sind dort, sie werden Sachen, bei denen, zu subsetzen zu der Sache. Ich bin ein paar Male, und sie finden dort, drei Einnehmer, sie werden dort, drei Einnehmern, wo sie die Teich, der Teich, wo sie dort, und sie werden dort, wo sie dort, sieamentos, wie sie dort, Das ist der Das ist der Das ist der Sieben Pratim in der Kabula Bezimche Wir wollen da gehen ein bisschen in eine andere Richtung Etliche Wir haben alle von Tanya Wie er sich zuzugehen zu der Sache Und der hat Gosche ist Was wir suchen ist Wie viel Teuf ist Das ist der Der Paschus Wir reden vier Eifanien, vier Mahalchem in Tanya Und da ist der Paschus Tiefer und tiefer Der Tei, was da liegt Es ist eine sehr interessante Einigung Aber es ist gut überzuschmussen Es ist gesund Überklärt Ist der Problem In der Sugi ist einem Paschus Das ist Das ist der Schuss Was müssen Sie zu sagen Als Das ist das 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 Das Problem von Das ist das Das ist das Das ist das Aber es ist das Das ist das Das ist das Das ist das nicht die Stamme psal loschen, sie verstanden, hat es mit dem Khoa kehl, und der Eberste ist doch Azzamatev, Setevaatev lahitiv, ist, wie von ihm kann sich das auch treffen? Ist es in anderen Wörtern, ist es ein bisschen ein Scheile in Achtes Hashem? Was tut sich das? Ja. Es lohnt sich, erstens, der erste, die Stamme, das ist der gringste, in Madrege, das ist der patscheste Mahalach, ist in der Gereza Tchuveperekjütbeis. Und behägtem. Es lohnt sich überall, in Kabole, in der Pnimmisatere, gefühlt man allemal, da hat Gosche, als Sachotascherisch. Jeder Sach, Wasser, nimmt sich von Chesset, und Reit, nimmt sich von Kriessatarnagel, nimmt sich von Gewur, jeder Sach, gefühlt man, ist das Ascherisch, der Meinen. Was ist da die Kavonne? Was will Chessides herausbringen? Es ist nur an den Ätlichen Sachen. Und an jedem Ort darf man sehen, was ist da die Kavonne von der Meinen. Amal, ist das, auf ein Rüst zu bringen, der Pashatach des Hashem. Es ist nicht da keine Sache, die gut von der Eberste. Eich, sehr kommende Sachen. Das sind bei ihm, sie nehmen sich alle von Essens, für das Erzähl, das nimmt sich alles von der Kirche, die gut von der Eberste. Und wir meinen, es ist nicht da keine Sache, was nicht da bei der Eberste. In anderen Wörtern, es ist nicht richtig zu sagen, das ist ein Verwasseter Ingen von Chochme, und das ist Chochme von Neuvron. Aber der Emes Ingen von Chochme ist, ich und Chakim. Das heißt, was will man da sagen, also jede Sache nimmt sich von der Eberste, Pashatach, sie achten sich schon? Sie kommt, sie kommt alles von vorne. Aber es ist da einmal, was der Adgosche ist ein ganz anderer. Weil jede Sache nimmt sich von der Eberste, es meint, wird die neue Wichtigkeit, die Wöge, zu den Sachen, die es in den Verrangenen im Welt. Das heißt, wenn ich kuche auf der Welt, und ich sehe, dass es da kommen, die wir sehen, ist bei Pashtus, bei Labattisch, hat sich da getroffen, auf der Welt, die Sache. Aber bei der Emes, es ist nicht die Sache, was das getroffen in der Welt, sondern es ist die Abspiegelung, von der Sache, was das getroffen hat. Und man sagt, der Lusher in der Schalei, die Dua, also Tere, mit Dabberes, bei denen, und mit Maramäzes, bei Tachtain. Das ist nicht die Tache, das Tere. ist, mit Dabberes, bei Tachtain, und mit Räume, das ist nicht die Tache, das ist nicht die Tache. Das ist nicht die Tache, das ist nicht die Tache, das ist nicht die Tache, und das ist nicht die Tache, das ist nicht die Tache, und mit Dabberes, und mit Dabberes, und mit Dabberes, und mit Dabberes, das ist nicht die Tache, das ist nicht die Tache, und mit Dabberes, 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 das ist nicht die Tache, und mit Dabberes, und mit Dabberes, und mit Dabberes, das ist nicht die Tache, das ist eine Tache, тивnn, und mit Dabberes, und mit Dabberes, das Siegel von den Tache, einай一下s Zorden, also El jongens, von densten Mos caste, der beide Tache ist, 2 Jahre coilathone, oder stopse Z encara. durch K psycholog exemplar, durch Begründung, durch K psychologische Tach, dasiert, oder im Dabberesam, aber durchgehen Um lange an die Tache, dass sie das Wuchner selbst beiteln, ich habe es ein elevat ro arms, seit Hescаем Sch Canad abberes, sondern mayor, Was heißt? Der kleine Ausdrucken ist, was ich hab da, sie sieht mir aus wie eine Kleinigkeit. Aber das ist bei ihm, dass er ein Stahlschluss von der Risiken nicht sehen, was der Schmer schon dort gemacht hat. Es hat sich dort gerückt, bei einer Rech. Ja, allerdings ist es, wo ich mich begeistert habe, ist der Seger. Wenn man sieht, der sehr größere Seger ist, das Stecken ist sehr lang, was zum Eck stecken, es kann sich rücken, aber in der Mitte, es kann sich rücken gar wenig, aber wenn man redet wegen Meiles, es ist da dieselbe Rech zusammen, 360 Degrees, und es hat sich gerückt, dasselbe Sache. Dasselbe, es hat sich gerückt, ein Viertel, von der Zirkel, es hat sich ausgedrückt, ausgedrückt, dasselbe Viertel, allgemein ist es kleiner. Das ist die Zeit von Meiles, Lemaite. Als wir zurückgehen zu unserer Seger, ich will drehen, das Stecken, als man redet, in Tfachim, wie viel hat sich das gedreht, kann es sehr wenig sein. Aber die Zeit von dem haben es gemacht, eine riesige Rechung. Als man redet, von Lemaite, und Lemaite, wir wollten den Schatten, und das Rücken, und der Fiese, der Rücken, über die ganze Galgalen. Und das ist die Zeit, wie es steht, wie es in Kadishtem, wie es in Kadishtem, wie es in Kadishtem, wie es in Kadishtem. Der Rebbe Teich dort, in der Tiefe Teich, in der Nähe, in der Tiefe Teich, dann stimmt es, wenn es in Kadishtem, dass nur die Ausbildung, wie es in Kadishtem, wenn es in Kadishtem, wenn ich etwas nicht genau. Ich glaube, dass sie in Kadishtem, wo es das Teich, dass sie eine Ausbildung hat, wo es in Kadishtem. Wo es in Kadishtem, wo es in Kadishtem. Das ist das Kược, was ich in Kadishtem, wie es in Kadishtem, wo es noch etwas Vertrauen gibt. Ok. Das ist... der 13, das ist die grapes. In Kadishtem, die Zahl ist das, Sie wissen, Darf man zurückkommen zu den Ingenen von Zars, von Yessur. Man weiß, dass Yessur, was da in Gehenem, kein gar gefährlicher Yessur. Wenn ich auf Yessur hier in der Mitte, nehme Zarr ab von der Kher. Es ist gekommen zu ihm zu und zu sagen, dass du einen amerikanischen Kopf von 10 Millionen Dollar und bei jedem 50 Cent, was du gehst mir jetzt, der hat er abgeht von einem Millionen Dollar. Und er hat dann einen Niemann von dir, ein Nickel und noch ein Nickel, und er beginnt mit dir. Es kann sein, dass das die größte Simche ist, weil er nimmt von einem Arab den Geschmack. Das ist die Sache, Punkt der Zevi, das ist der Chidisch von den Alter Eber, Punkt der Zevi in der Kirche von Mitzvah, und er beginnt mit ihm, und er beginnt mit ihm. Es ist durch diesen, dass die Menschen in der Kirche von Mitzvah, die sich in der Kirche von Mitzvah, er beginnt mit einem anderen Einzelnen, wie er beginnt mit ihm. Und er beginnt mit den Jessur, die Menschen in Gehenem sind doch ein paar Jahre. Ich glaube, das ist ein bisschen ein bisschen Sinn. Was ist das? Ich sage, dass ich wirklich nicht komme, wenn ich nicht mehr ein paar Furnickels habe ich sage, ich sage, ich sage, Ja, der Prut ist nicht mehr auf von der Geschenk, das passt nicht. Nein. Das steht schon in der Geschenk, aber der Sache, der Havone von der Sache. Das ist auch der Weg wie der Puhl von der Mitzvah. Das ist wirklich... In der Geschenk ist das einfach der Sprache. Ich habe meine... Und der Liebste, er geht da, wie es steht, mit Zolltopfer Zadig, da in der Welt. Also soll nicht davon leiden später. Der Havone von der Alte Rebbe ist, also, es ist einein in der Mitte. Es ist nicht zusammen, bis der Liebste macht den Discount. Wie bald hast du das Übergelebt da in der Welt? Ist es mit einer von der selben Sache? Wie? Das ist die Mose. Das ist der Schmisch. Das ist der Schmisch. Das ist der Schmisch. Das ist nicht der Mose, das ist der Neue. Ja. Okay. ein bisschen mehr bei der Archive. Was ist da der größte Glück? Es ist doch bei einer Reich die Jesurim, was ist ein Lameyla, wie es steht, dass es ist, der alte Rebbe hat gesagt, dass der Rebbe war, was ist das Zweite? Das ist ein Kamus und ein Nechus. Das heißt, erstens, wie es steht, dass die Jesurim von ein Schoengehen mit mehr von 70 Jahren von ihr, was er hat gelitten, sind alle Jahre. Und der Eich ist echt mit dem Schisch. Sie postet, sie doppelt sich bei einer Reich, die Hitze, die Leiden, was sie dort sind, ist doch bei einer Reich lege. Und das ruft der Rebbe als Kamus. Aber auch in Eichus ist es bei einer Reich für was. Aber das ist jesuri aguf und das ist jesuri aguf. Und das ist jesuri aguf. A-Nafsch ist die Gewehtag ist bei einer Reich. Chatsch a-Nafsch ist die Gewehtag. Man lebt immer im Nefesh. The experience is a-Nafsch ist die Sache. Es heißt, wer fehlt der Gewehtag, das ist der Nefesh. Aber ich fehlt, das ist wie der Nefesh fehlt der Guff. Dennoch ist auch wie der Nefesh fehlt der Nefesh allein. So gar nicht stammt ein Guff. Und es hat auch mehr Pein. Das ist aber als wie der Nefesh ist Mugbul in sich allein sein zu sich wie bald er ist mit Guff. Als der Nefesh ist ausgetan von Guff, ist viel der Nefesh der Überlebung von Guff bei einer Reich. Es ist was in der Tatsch a-Nafsch ist die experience drin. Und kein agbol aus Guff, das kann man nicht verstehen. Aber als wir sehen in a-Nafsch von Guff wie a-Nafsch ist die Pein. Nefesh allein wie er ist der Sache ist das ist das ist das ist das das ist das 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 ist das ist das ja ok das darf man das muss ja ja ich frage da also wenn das ist doch gut ist was ist da der Und die machen wir nicht, oder? Und so, die alle Wörter sind, das ist eine Wörter. Es gibt noch ein bisschen mehr Börter in den Einbeißen, aber es gibt noch einen Reicht von den Weltkriegen und den Gehen. Was ist das, was ich sagen, das ist die Gehen? im Gehen. Die alle Dugmöse, die alle Mischole, die wir bringen, im Schale, im Schale, die alle Sachen, dass alle verstehen, dass das ist Zehurim, Tehurim auf der Nafschistige Sache, auf der Ruchnistige Sache. Es steht bei Pastors, der Teich von Zahr für den Nafsch ist, riechung von der Ebi-Shter. Das ist die größte Pein, was wir schon mal haben. Es sagt, es steht in einem Beis. Die Nesame in Elamhaz ist nicht weit von der Ebi-Shter. Aber er kennt seine Nante. Er ist toll in der Welt. Aber jeder eine kennt doch, wenn er sich in der Ebi-Shter ist, wenn er sich in der Ebi-Shter kennt. Jeder eine hat der Koppel in Bekei, auf einer gewissen Sorte. Und das ist die Krise, das was er kennt. Als man nimmt die Nesame in Elamhaz, geht ihm doch wegnehmen, in Bekirin. Er geht doch sein in der Ort, was er muss sein, weit. Der Pein ist bei ihnen recht. Das ist eine andere Sorte Eichus von Pein, was der Schammer hat. Und man meldet, ist verständlich zurück. Als wie viel darf sein, dass man gibt uns eine Sorte Kontrakt, dass man lässt uns überbeiten. Jesus hat ein Netzach, was ist dort in Elamhaz. Man darf auf dem haben, wie es steht, so in der Moment, sagt er, Jesus in Bezimcha darf man gar nicht mehr machen. Man darf haben, wenn ich keinen Kuchen richtig auf der Sache und zu Takke aber auf dem Begasch mich. Das ist der ist der ist der andere Kuk was ist ist was man nimmt von mir was me gitt mir und man darf haben ein bisschen Gat was Sache ist sehr oft wenn es gekommen zu der Rebbe kommen die Menschen um gefragt hat der Rebbe gerade der Sprache nicht nicht mit der Moschel von Tanja aber kommen die andere mit Schälen was er bewusst in dem Brief sehr oft das gewöhnt dem Mal was was weil balabatisch gerät das ist der Gringst zu verstehen er hat mal mit teire gewöhnt von himmetzer er stellt sich vor man kommt rein in das Zimmer und sieht himmetzer schneit ein zweiter Mensch und er giezt sich Blut und steht ein Arum und der Mensch schreit und das ist ein kurzer rotz him was schneit auf der Kerbe von der mensch aber das verstehen also er zereht sich da wegen spital und die Menschen sind haben auch gewöhnt er mit er ist gekommen er ist noch die die kippern kommen er kommt er 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 von den größeren general und er gewöhnt den ganzen zu brachen er hat der Rebbe er kann alles er kann alles verstehen er kann alles verstehen und viele seine Menschen was der hebsch da weggenommen gut er kann verstehen es das ist auch von a in ish aber was entschuldigt die kinder das das kann nicht verleiden die kinder die same was 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 von segen gen gen men hat der Rebbe gesagt er ist gewöhnt der Faket der der general von 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 ich bin tos so in amerikas gibt es eine von drei größere machnisse in amerikas es gibt ein größer Faket sagt dem der Rebbe er stellt sich vor dass ein Gast kommt und du willst ihn rumnehmen und beweisen was du hast da und da rette ich wegen tanken was kann ein her gingen an seifel und da rette ich wenn es eine bombe ist was kann nicht zu scheitern an seifel und das und die alle beweisen wieviel was du hast und schmall und man kann gucken breit man sieht das ganze bild guckt sich anders da ist das Wort von und das sind die ganze Sache aber der Wörter kriegt ein näher ähmig wie Chzidis guckt auf den Wörter was ist ein Musser Wort der ist so von der Rebbe und Chzidis wollte sich es schon gefangen meire teise zu sagen als sie dreht sich die ganze Welt sie all zur Welt das heißt sie da ein Mosel von Mahal Hashem und inmitten ist da die Welt und all der ist da alle el ruch nim und inmitten ist da die Welt und der Fall ist eine Kleinigkeit was tut sich in Welt kann auf da riesige Sache meilen das kann sich nur fangen von dem was ich verstehe das Elam Hase ist die ikr und meire ist das ist die mit und das ist die ikr und von a kuk kann ich verstehen dass jede Sache was tut sich da ist in geah in another well ist da imek von der biur ist da sehra a jesot von chseidus was ist de wort von chseidus do as was hab ich da jesot in Elam Hase weil Elam Hase ist die ikra kawonne und meire das hat das größer has spä auf der Elam Ames was tut sich lacher ach immer bei all modi das ist aber als der erste biur was fällt das passt das soff soff das rach ich kann sagen sie gut sie kann sein sie wert aber besser wohl doch gewinn was nicht gut mit 50% ich mei Elam mei sie ich mag dir sein sie zahra farteif mit gut em tor und sie wert aber sa kost ja ja euer mal mei was ha guf was tas gore should beh Aber es gibt einen Gebur im Winter, man denkt da wegen einem Menschen, das lebt über Pein. Man denkt sich, dass es das Trennhof und Zimtzum macht. Macht das die Heilige Stöhne nicht. Weil, wenn ihr sagt, dass das eine gute Matorin ist, ist, dass ich ein guter Mensch bin und ich bin ein guter Mensch, und ich benutze mich bei der Töne der Welt. Aber wenn jemand von mir kommt, ist es einfach der Name, es ist wirklich gut. Wenn ihr sagt, dass ich die Heilige Gebur, Das ist ein Malach Amovs. Das ist nicht gut. Das ist ein guter Mator. Hier in Simenhof Beis, in Egeres HaKadosh, das ist ein guter Mator. 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 Aber die äußeren Kinder sind nicht nur die Taichis, wie in der Friedrich im Halle. Er will nicht eine gute Sache, wenn er etwas bringt, wenn er eine gute Sache bringt. Er hat sich da getroffen, ob er eine gute zweite Reise kommt. Aber wenn er gehört, das nimmt sich von der Frau. Das ist, weil die Ewigströde liebt. Verkehrt, die Tate nimmt ein Kind, das sich ein ganzes Mal schmiert, und er reibt ihn. Und er reibt ihn nicht, tut weh. Das ist, das ist, das ist Kohlkühle auf. Wenn man das zulegen, ob es noch ein Wort, noch ein Knätsch... Wo nimmt mehr auf, als die Tate soll zählen, soll zuckerlich, oder dass die Tate soll reiben ein Kind, das schreit, dass er will nicht, und es tut weh. Das darf man noch haben, mehr als Gabrus, das darf ankommen zu einem tieferen Ort im Nefesh, von mehr Liebschaft, als man das gleich tun. Geben! Und wenn das Kind so schmeckt und so lebt sein fein, das ist... Wenn man weh, die Geschreiung des Kindes, das tut auch die Tate weh. ist... TV ist dick, darf sich aufstehen. Im Kolzeh sich, sich mit Gaber, auf der eigene Herz von was, meke ich hat tieferen Ort. Darf er ankommen zu etwas, was liegt tiefer von Liebschaft, von der Keschel mit seinem Sohn. Es heißt das, als die Tate tut, als das auch für ein Kind, und das Kind fühlt, als das kommt von der Tate. Es ist nicht nur der Tate, es ist mir wert. Lass mich sagen, eine Fremde wollte mir gekommen und gewaschen. Oder ich weiß, sie wollte angekommen, es ist ein Regen, es ist ein Guss, und sie wascht mir raus. Ich will sagen, es ist schlecht. Es ist nicht Geschmack. Aber, das ist das Rewech. Was ist hier, ist hinter dem, nicht nur der Tate, ist es mir zuerst, dass es ein Gieben schlechter mit der Gute zu erzeugen ist. Es ist mir zuerst, es ist mir zuerst, dass es ein Gieben schlechter mit dem Gute zu erzeugen ist. Es ist ein Gutes. Es ist ein Gutes. Es ist ein Gutes. Aber ich sage, in der Schöpfze von der Sache gut. Es ist da, es ist ein Giem. Wenn es erzählt, dass der Mittlerebbe, wenn er gehört, der erste Mal, der Tate, nicht von der Tate. Der Tate ist bei der Kale, von der Balkäer. Der erste Mal hat er gehört, hat er gechallest. Und es ist krank wie ein ganzes Tisch. Wir haben gefragt, was ist geschehen. Er hat gesagt, dass wenn der Tate lehnt, er hat sich nicht geholfen, er hat sich geholfen. Wenn der Rebbe es geholfen hat, er hat sich geholfen, dass er sich nicht geholfen hat. Wenn eine Tate lehnt, er hat sich nicht geholfen. Das heißt, der Kavon ist nicht geholfen, der Tate, der alte Rebbe, sondern wenn eine Tate lehnt. In anderen Wörtern ist es nicht geholfen. Wenn der alte Rebbe lehnt, er hat sich als eine Tate lehnt, als die Tate im Himmel, als die Eberste, als die Eberste Gittos, er hat sich nicht geholfen, als er braucht. Aber zu Beginn, das ist so, 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 das ist, das fehlt noch als Bier. Er ist da in Semen Judalof. Und jetzt machen wir noch ein bisschen zu sagen, mit den verschiedenen Bürgern. Er ist in Semen Judalof in der Gereza Kedr, und das ist der Semen, gerade das Interessante, das Baksidim. Alle Jorgen, hat man alle mal genutzt Semen Judalof. Der Laskil Chobbina. Das ist dort ein Gewinn, das ist Bonnus. Dort, wir stehen schon an der Tate, für die Sache. Der Rebbe steht gut. Favoz Gittmann. Der Zach, le-Nasei sich. Der ganze Zach ist an Nisoi. Was heißt? Und das ist, wenn man die Menschen, heißt es, dass die Sache auch ein Quasier mit dem Kind. Also, der Rebbe steht, dass die Sache auch ein Quasier mit dem Kind, ist der Taitsch, wenn ich ein Kleine trinkoue bin, mein Vater, ich kaufe Kedr, oder ich kaufe Kedr, Gib, oder alle deine Be-derfinition, ich bezorgde. Und das nimmt sie. Du weißt du? Mit einmal 50. Einmal die Tatte, als... Efter hat er lieb den Geld. Mit dir ist der Geld der Bietig von Abwe. Und was vielleicht er darf nehmen in der Geld? Der Ich, was hat sich da angelegt. Er ist gerade, hat er lieb den Geld, nicht ich. Was ist der Einzige Eiz? Loh mein Geben, er sagt, was ist nicht Geschmack. Eiz er noch als gerät das nehmen. Eben ist noch als gerät das nehmen. Eben ist noch als gerät das nehmen. er sagt, er lieb mir. Ja. Das heißt, Eben ist so, was hat lieb der Tate. Loh mein sagen, das ist da, der Tate, was ich weiß, hat er Probleme. Er ist schmutzig, oder er schmeckt, oder er ist wild, er schluckt. Er sagt, ein Kind will haben, ein Scheiches mit den Taten. Eben sie, ich will ihm haben, was er gibt mir, ich suche nicht ihm. Aber eben ich will ihm haben, ist was in mir eine Gea, in welcher Leuws sie kommt, ich suche doch ihm. Ich suche doch ihm. Und ich will ihm mal, weil ich suche nicht die Beckwemkeit, was er geht mir, ich suche doch ihm. Eiz kann eben, dass der Eberster furcht, weil er will ein Gekker sein, muss er nicht der Eberster sein. Er will das Aros bringen. Aber die Jede Guffe wird das verheil. Das ist das, wenn wir lernen, dass der Eberster gibt die Probe, die Niesoyen, weil das bringt das Aros. Als was? Als Hain will Love schoven. Wie viele Tessas schoven bei ihnen? Weil ich suche doch ihnen, ich suche nichts, was er geht. Ich suche, der Eberster furcht. Komövner, das ist der Eberster furcht. Das ist da in Tavrish Pei. Das ist da Aloschen von der Rebbe Rashab. Doktor, das ist mitzat jehidische Benefisch. Das ist nur mitzat jehidische Benefisch, kann ich sagen, als es beshove beide. Hain will Love. Und mitzat jehidische Benefisch, nimm ich den Eberster furcht. Das heisst, bepasst du, dass es jeder ein Kielg, weil der Eberster furcht, dass es den 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 Eberster furcht. Aber der Eberster furcht, ist beschaffen bei ihnen. Ich suche ihn, ihr darf nicht sein Kielg. Das heisst, das ist der Eberster furcht, aber der Eberster furcht, dass es den Eberster furcht, ist kriegt der Teva Nerva nicht. Für was? Das heisst, das heisst, ist ein Kielg. Das ist doch die ganze Meiste, die ganze Meiste ist doch gewöhnt an Eberster furcht. Die ganze Meiste ist nur gewöhnt, wenn man zum Bewerber des Metzies, in dem Moschel, und in dem Himmel ist, wenn man zum Arscher furcht, wenn man zum Arscher furchtet. Die ganze Meiste ist verbunden mit der letzten Woche, die geschmutz. Die ganze Geder von einer Eberster furcht, ist, was tut sich bei mir. Ist einmal, wenn man auf die Zor, als man sagt, darfst gucken auf den, mit einer anderen Perspektive, darfst das nehmen an dich, das sind die Meile, oder so. Aber, als man red, als der Zor ist eine Eberster furcht, wie der Loschen von der Eber, als die ganze Eberster furcht, die ganze Zor ist nicht, was bei mir, was der Zor ist, ist aber nur, wenn man das nicht, das Zor ist, das Zor ist, wenn man das Zor ist, dann wird das Zor ist, Das ist ein bisschen schwer, mit einer anderen Seite, aber nachher, wenn man das Zor ist, dann wird das Zor ist, wenn man das Zor ist. Eberleven, denn das Zor ist. Nur, wenn man das Zor ist, das Zor ist nicht nur, denn das Zor ist. Es geht mit Zor ist, so, der regelein, das Zor ist, was ist, teilweise. das Zor ist, die Kfar-Tate mit der Kinn. Ich glaube, Es ist schlecht mit der guten Mator. Die zweite Eiffel ist gewohnt, also man hat sich gut zu beginnen. Aber was? Sollte schlechte Levoche. Lefeil ist zu zweit. Da, aber ich habe eine neue Kauke. Was meint gut? Gut meint ebenster. Eben Sie von einem das gut? Eben gut meint Geschmack. Das heißt, Backwem. Richtig, sie sind nicht backwem. Aber er hat gut meint eben. Das ist mein Aufkommener, welcher zu ihr siehst. Es ist ein anderer, man hat gebeten, dass er von gut ist. Wenn eine Tate lehnt, sie ist eben, ist das bei der Rosse gut. Nicht, weil er hat eine gute Kauke. Weil das ist, was er mag dir, was gut meint. Wer ist mag dir, was gut meint? Gut ist eben. Es ist eine Zukunft von ihm, und das ist das. Ich komme auf, wenn das ein bisschen mit der Regie. Als ich mit Tadichidischen Beinefisch habe, ist die einzige Sache, was hat eine Erech, ist ihm, ist E-Bestand. Und wir meilen, was kommt von ihm? Mein Aufkommen. Mal schauen, was kommt von ihm? Lege das zu, dass ein Fülle immer halten nicht dabei, aber das sind es, was man lernt wegen dem und trachten wegen dem, dass es eine Sache, die mir helfen kann. Aufschöne, Jochen. Das ist ein Dokument, das ist ein Dokument, das ist ein Dokument, das ist der nächste Start. Das ist um Kuhru, was steht, in der Gerass haben, ob Sie noch einmal einnahmen, in der Gerass hat Schuhe, Perek 11 ist, »Uppokaditi Dike«. Das sagt, »Aloschen hat, wer ist? Da ist, »Uppokaditi«, der Eibster wird. Das ist 아이, das ist der Zweite Eifung. Das ist allerdings, man sollte auf него sprechen. Also man sagt, »Awe, der Eibster hat der Liebe nicht jeder eine Secher zu Jesure«. Da steht noch hier. Wer kann Secher sein, »Uppokaditi«, als der Eibster allein das ist das zweite ok aber kumóven als der 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 und sei wo sagen wir als schlecht ist eich we sei der anderen ist besser von Guts. Als der Emeser Guts ist, darf ich der Schlecht. Was soll ich sagen? Richtig, richtig. 20 Millionen Euro ist sehr schwer. Wir gehen da, wie sagen die Emes, wir gehen da an eine Mahalle, ich leine von Seminoe D'Allef. So weiß ich euch, dass Seminoe D'Allef ist echt, aber Rames ist auf der nächsten Abonne, hier. Okay. Es war es der Bühr von Perich Hauwau, von wie du sagst, in Seminoe D'Allef der Mante, das. Als Alli bei der Emes, Emeser Guts, in Seminoe D'Allef ist D'Allef der Mante. Möge das. Erstens lassen wir uns in den Wörter und danach müssen wir uns reinlassen ein bisschen in den Hasenbohr. Jeder Sache, was kommt in die Welt, kommt in die Eifung von Sederer Stahlschluss. Sederer Stahlschluss ist, es kommt von Brie, zu Jetsire, zu Asi. Oft ist der Losch in Jetsire, ist einmal das Galle und Brie ist einmal das Gassi. Aber ist das eine Art Sache, die es hat gehypt. Sie kommen von einem und Brie ist gleich. Ist es schlecht, ist es niedriger? Es ist weniger gelieb in der Ebene. Es ist nicht der Borechene und Brie. Aber alle Wäden ist es fackert, fackert. Weil es kommt von einem an der Eiskasie ist das als Erzach was mit er vertreten und das ist schlecht. In Tania teitschtaop. Also das ist Asher Agever schtie Asher er ko Jutke. Verwos. Weil Jutke und Wawke Jutke ist hoch und Bino das ist Bider und das ist das ist das ist im Rahmen von Almedes Gassi und wovke ist Yitzir und Asseh ist, wo sie die Tiasrenu Yisurim nimmt sich von Ka, von Takke, von Almedes Gassi, nicht von Almedes Gald aber komm auf in das Guffe da haben wir ein bisschen mehr als die Bore ist bei Hektem wenn wir reden, ist es ein bisschen breiter, und das kommt zurück zu der Sorge, was du hast angerichtet Bechlal steht, als es da also sagt der Scherisch von Gewurr, und der Scherisch von Gewurr ist mehr Aspoe, wie der Scherisch von Chasset das meint mehr Aspoe, bis es war ein Geschen, von Chasset wollte uns gerade der Gewurr der Teke von Aspoe steht, das ist der Bore das Daffke Yanky von Yitzchak auf ihnen, was in Yoni ist Gewurr eretgegeben der Bruch ist, der weiten lach Asseh von Aspoe vom Bruch ist, das kein Norrkumu von Yitzchak was in Yoni ist Gewurr der Fahre ist Trisameisim was das ist a Pelle die die Aspoe kennt sich ist Daffke in der Bruch von Atagieber von Gewurr Das Daffke das Daffke das Daffke Der Schleimus von Chachme ist in der Ziele und das ist der Scherisch. Und wir haben noch etwas verwässerter, etwas kleinerer. Der Scherisch ist ein Verkerz. Das ist nicht mein Scherisch. Ich kann euch sagen, das ist mein Mocke. Passt das? Und ich denke, es ist schwer. Wie kommt von der Ebene eine Art Sache, die heisst Hester auf der Ebene? Das kann doch nicht sein. Es steht der Bühr auf dem Azeh. Und das ist in Tereere in Neach, gleich im Umfang. Und sehr kurz dort, aber das ist der Havon. Seh da zwei Eifanien, wie Azeh die Ebene sich in der Ziele. Die Ebene können sich in der Ziele werden weniger heit, oder die Ebene können sich in der Ziele werden blickwul. Die Ebene sind in der Ziele, ohne die Gwul, die in der Ziele werden von der Ziele werden. Das ist eine gute Idee mit der Ebene. Die Ebene sind in der Ziele. Die Gwulung ist wie ein Neymar der Ziele. Die Gwulung ist in der Ziele, die in der Ziele werden. Die Gwulung ist in der Ziele, die in der Ziele werden. Das Talmud steht, der Rabbi sagt das. Es gibt zwei Sorten Talmud. Es ist da, der Talmud ist, wenn der Talmud steht. Der Einzige Weg, wie es kann sein, ist, dass der Rabe sich mitzumtzen, wenn der Talmud zu viel begann, wird der Talmud zumischt. Und was kommt da jetzt da? Als Rabe gillet in Macht heller. Kommt da jetzt, der Rabe sich mitzumtzen. Es ist nicht da, der Rabe amatze, was er vermischt. Es ist nicht der Talmud, der Rabe hat gegeben auf vermischung. Es ist da, als er sagt. Ich kann nicht geben, dass er nicht verstehen. Was ich kann tun, ist, dass er auch der Rabe gibt, oder er gibt zu viel. Als der Talmud ist, der Talmud, der Scherisch von Gwude, der Eberste ist nicht galt. Also, es ist nicht galt zu viel. Oder bei Pashtus. Was ist der Talmud? Elam abrihe. Es ist so, dass sie bewusst sind, dass man davon erzählen. Was ist zu viel? Wenn Elam abrihe, ist nicht galt, ist der Talmud. Und wir melden, in unserer Welt kann man sich vertrauen. Und das ist der Talmud, die ich zuhören. Was meint, was ist der Talmud, der Sache ist Geschmack, das ist bequem. Bequem ist der Talmud, der mir passt rein. Das ist Arbeit von mir. Wenn ich eine Sache, die zu viel ist, ist es gar nicht zu tun, was sie ist. Und das ist nicht bequem, das ist nicht Geschmack. Das ist, was sie ist. Auf viele Pashtus, wenn wir reden, ein Pein im Nefisch. Dasselbe Sache, was für andere, kann sein, ein Kirchhof. Für andere, als jemand kommt zu mir und sagt mir, er hat es mir offen. Es gibt es ein Chaber, was mit seinen Nund, ist das Kirchhof. Aber jemand sagt mir, was er hält von mir, was er kann mir nicht. Und was ist der Problem? Es ist zu viel Kirchhof. Was ist da der Problem? Es ist das eine Sache, es ist das eine Sache, es ist das eine Sache, es ist zu viel Kirchhof. Und wenn man mir leh, tut mir leh. Aber viele Begash mis. Was ist das eine Sache, die sich in der Glatt und in der Frasch? Es ist zu viel, zu stark. Es ist nicht so eine Sache, ich kann dir nicht geben Pein. Ich kann dir geben mehr. Pein ist nicht so eine Sache, in anderen Wörtern. Pein ist die Sache, ist die Sache, wenn zu viel kommt dann zu mir, in der Gavre, ist das Pein. Von mir tut das weh. Es hat mir nicht gegeben weh. Aber es hat mir gesagt, dass es ein Frasch ist. Es war ein Moschel von Friedrich Rebbe, als er gekommen ist in Amerika. Er hat gesagt, dass die M.C. in Yechides ist, dass man geht und tut eine Jidderschaft, so ein Farsin sein muss. Es ist da, wo der Emitz sitzt, in dem Schweizer Bad. Man geht zu der Emitz und sagt, was schlägst du mir? Aber man hält damit auch glätt und geht weiter und weiter und bis. Und jemand schlägt noch und noch. Das heißt, wenn man die Arbeit auf dem Säden betrachtet, ist dieselbe Sache gut. Die ganze Musik von Pine ist eine Sache, die sich mit mir hält. Und das ist der Terz. Was ist der Teitsche? Es ist da Hester. Es ist der Bier rechnet, wie es in der Frau im Klipp ist und alle Sachen. Es hat es nicht gemacht. Es ist geworben. Das ist eine Teitsche von zu viel. Das ist eine von den Teitschen in dem Wort Schwere. Es ist da Schwere und von dem Wert Klipp ist. Schwere, es ist zu brechen, es ist zu viel. Es ist da ein Jachas von Schwere. Schwere sind nicht die Psa meistens. Es ist da gewisse Jachas zu der Ebi-Stör von Schwere. Und mein Mann ist das ein Beziehungs. Das ist ein Mensch. Es ist dieselbe Sache. Ich habe es alles in Parnoße. Oder in Gesundheit. ist der Teutsch, dass der Ebi-Stördömer Spieler gewinnen, eine Sache, die nicht in die Welt passt. Die Welt hat sich ausgespielt nicht richtig. Nicht Geschmack, weil sie nicht richtig ist. Sie sind nicht meine Käse. Meine Welt ist, ich darf ein gewisses Geld haben und ich darf ein gewisses Gesunde haben und das. Die Sache hat sich nicht ausgespielt, war mir richtig. Aber es ist da gewinnen. Schäfer, was ist zu viel? Der Ebi-Stördömer macht nicht... Es ist nicht so, dass ich sage, er geht mir wenigstens Geld. Er geht mir nach Hause. Er geht zu viel. Das ist der Sod, der Pneimis von der Brie. Das ist nochmal. Das ist... Das ist... Der Eimik liegt auf der Pasche des Sod. Das ist, wenn jeder Ebi-Stördömer ist. Wenn jeder Ebi-Stördömer ist, ist das das Gewohnen von der Ebi-Stördömer. Man spricht nicht wegen dem Geld, dem Bank. Man spricht nicht wegen dem Geld oder dem Bank. Man spricht, wenn der Ebi-Stördömer hat mir gemacht, dass ich so leiten soll. Das ist ein Ebi-Stördömer, wenn ich so leichte, das ist ein Ebi-Stördömer, über die Schadigsprote. Der Ebi-Stördömer ist der Teutsch, wenn der Ebi-Stördömer hat sich über Wissen zu mir zu viel. Jetzt. Ja? Es ist da A-Zelche, was H-Hom-Lieb-Dos H-Hom-Lieb, das ist B-K-Wem, das ist Geschmack Aber es ist da A-Zelche, was H-Hom-Lieb-Daf-K-Daf-K-A-S-K-U-M-T-In-A-Z-A-Y-F-F-A-V-A-S Es ist da, muss man zurückgehen zu der Rav und Talmud A-Normale Talmud, A-Gewindliche Talmud Als der Rav ist meistens zu viel Sagt er, stell sich ab, du gießt mir zu viel Aber es erwähnt sich auf den Verbund von der Talmud zu der Rav Es ist da, was sagt Talmudien Sie sind nicht gekommen da Wie er sicher ist gekommen zum Schuk auf Parnasse Ich bin gekommen da, weil ich hablieb der Rav Und ich will sich bekennen mit dem Ich will sich verbinden mit dem Und jeder Schirr Ich sitze und er behält sich Er erzählt nur halb von was er wisst Sof, sof, erzählt er doch, wer er ist Ei, ich wäre vermischt Nicht auf dem bin ich gekommen Ich bin gekommen, sich verbinden mit ihm Ich hab ihm lieb Ich will, als er soll nicht galt werden Ja, wie Eine gute Dugma auf dem ist Wie er kostet zu einem Rebbe Es ist da, die, die stehen bei dem Verbrengen Und es ist da, die, die stehen bei dem Verbrengen Verkehrt Also der Rebbe redet jetzt der Anzim zu mir Im Himmel redet Amol redet der Rebbe Sachen Die sind ganz nicht verständlich Es ist da, die, was Das machen mit der Hand Und es ist da, die, was Wecken sich auf in den Momenten Oh, jetzt sieht man Ich bin gekommen Auf was bin ich da gekommen Ja, passt das Da sagt der Rebbe Es ist da, die Schemisch Und es ist da, die Nartik Für ein normaler Mensch Suchte die Nartik Denn Es ist da, wie er sollte ich so gut sein Also die Nartik Ich bin aber sehr, was Also das ist da, das ist ja Schemisch In der Gitt Von der Gitt Also der Gitt Und es ist da, die Die Gitt Eine Gitt Das ist ein weiteres Wort. Entschuldigung, tev und rai schaue. Ja, heim wir lauf schaue netzle. Nur was? Der Rai ist gut. Aber auf dem doch mein Sein naiv. Auf dem doch mein Liebhaben der Hebe ist dir. Was mehr ist das mehr, ist das mehr aushpäu? Oh. Das, 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 was du, nee. Malen, die kommen zu dem, was? Ja, man, das ist der Rai. Das ist der Rai. Das ist der Rai. Was ist der Rai? Ja. Ja. Ja, sicher. Ja, sicher, sicher. Was ist das? Das ist der Rai. Das ist der Rai. Was ist das? Kusch, du? Seine Leute mit Regen und seine Leute, das was du darfst. Aber das ist das. Ja, das ist der. Wie ist das? Heinz, crawl? Weis nicht. Du sagst mich und ja nicht, dass er ja das, was ist. Das ist, das ich sagam mal? Sen der spür haben, aber so viele VORD gelber Meetup haben ihren deinen Pass. Der Rai ist ein curved começ available. Der Rai ist der petit bümmer nicht an. Männer nicht an riskant die B aproxim'e. Oh! Arbeit ist an률lich. Youtuber. Japan hat alles zu tun? Sehr gut! Das ist das Problem. dass die Scheile hier ist, was er meint. Da liegt die Unterkunft, das sind die ganzen Worte. Die Scheile ist, was er meint. Der Lohn des von der Raff hat er weniger. Aber ich kenne den Raff mehr. Ich habe ihn gesehen. Er hat gesehen, den Raff wurde er. Ich habe ihn vermischt, aber ich habe ihn gesehen. Das ist... Was er, was er denn der Eibster ist... Lachen wir da reden in der Sprache, den Schleus. Eb der Eibster ist... Was ich weiß, ist Geset, was er gut. Und der Eibster ist bliebe von der Sache. Was das ist, was er sagt, was er sagt. Bliebe von Geset, bliebe von Gewurr Schleimus von allen Englangen von der Welt. In meiner Meinung habe ich weniger Eibster. Aber ein Eibster ist nicht das. Wir sind getroffen. Wir sind getroffen. Wir sind getroffen. Wir sind getroffen. Aber wir sind getroffen. Das ist der Ehe. Wir sind bei ihnen. Aber sie schauen auf die Sache. Aber du hast gesagt, aber wir sind nicht mit ihnen. Oh. Das ist die Die Sache. Das ist der Pasche. Er ist bei ihnen. Bei denen gibt es ein guter Weg. Er hat einen guter Weg. Das ist guter Weg. Es gibt keine Ahnung, aber es gibt keine Ahnung. Es gibt keine Ahnung. Es ist... ... ... Das ist jetzt ein Wort von der Friedrich-Rebbe, nach dem Semenhof Beis. Das ist ein Problem, dass es ein Kmei-Ov-Rachmon-Kochem und Tzadik-Maket ist nicht. Das ist ein Problem, dass es ein Kmei-Ov-Rachmon-Kochem und Tzadik und Tzadik ist nicht. Das ist ein Problem, dass es nicht so gut ist, dass es nicht so gut ist. Aber der Friedrich-Rebbe sagt, dass das Ov-Maket ist nicht sondern dass das Ov-Maket ist, dass das Ov-Maket ist nicht. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, die Semen in der Siegelung war, das ist bichuchte. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem, dass ich ein Kmei-Ov-Rachmon-Kochem Das Problem ist, dessen wir ein Kmei-Ov-Azion, das haben die Maßnahmen und die Güse mit Abbrängen. Das ist es nicht so gut. Das ist nicht so gut. als er übergearbeitet ist, ist schwer zu verstehen aber nachher das ist der Kavon einmal ein Tate schluckt und er sagt, dass der Kind kann das nicht vertragen ist der Tate macht das ist der andere Weg das ist der andere das ist der Kavon fragt sich, der Kache das ist der Dosser Gewinn ist mein Körn, mein Ksober ist der Kavon nervös es ist da ein Teil von Taten was kann das machen aber das ist der Meile mit Seder ist der Ausfluss wenn er das zu können zu finden darf sein der Matze von als der Kind weint als der Kind weint ist mir einmal die Tate hat etwas noch weg ist in der Moschel das ist schwer zu machen das hat er gewusst was er nicht aber er kommt an in der Meile es ist da der normale Seder und es ist da und man kann nicht ankommen dort in Stammersee was was tut auf das Gewinn von dem Kind man kommt an als er arbeitet in der anderen Eif und es ist da das ist schreien das ist was oh hier 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 sehr interessant es ist da zwei Fangen anzukommen zu der Blickwulf und der Eifel das die Eifel können das geben in der Eifel von Tewa Nerva nicht die Eifel lassen wir noch die Eifel abteilen das was man früher erzählt ist die wohnung von dem Stammersee wo man immer die Eifel und die Eifel und die Eifel kann man schon kommen und die Eifel nicht durch die Eifel und wenn sie kommt krumm oder sie hebt ist mir die Eifel tut weh aber das ist klar von dem Stammersee Achossit Leuchöre ist der Taitz Achossit geht aros von sich Achossit da ist doch da alles Seil von Achossit Achossit ist der Taitz da arbeitet nicht von seinem eigenen klol ist kavi johel der Eifel der Arbeit nicht von seinem eigenen klol ist der fahr ist der Tate ich kann haben nicht von Angriff Achossit das ist der Eifel ich der Eifel arbet bei Zeder des de der Eifel ist die Eifel der Eifel ist Ich weiß nicht, dass zwei Fahnen ankommen zu der Kirche von der Ebenstadt. Es ist da, wie es so steht. Ich arbeite nicht nur für die Klohlinge. Ich meine, der Eben soll nicht arbeiten nur für die Klohlinge. Oder es passiert das Pein von dem Kind, dass er schreit. Und beide sind richtig. Und es ist interessant, dass der Eben automatisch gewöhnt, dass der zweite Eben von dem Geschrei. Das ist auch wieder von der Dörr. Aber es gibt zwei Fahnen, die erwecken den Rätsel von der Tat. Aber auf der Zeit, das ist einfach der Stahlschuss. Was bettet mir, wenn wir sagen... Man weiß das Wort. Der Eben hat vielleicht den Psyk. Und wenn er die Psyk hat, vielleicht er die Psyk hat noch das Wort. Wenn er die Psyk hat, wenn er die Psyk hat, dann sagt er, gib uns deinen Eben, was gut für dich ist. Gib uns den Eben, was er hat, wenn er die Psyk hat. Das ist das, was er hat. Das ist... Wir dürfen doch haben die Rechitz, wenn ich hier die, wir dürfen alle Sachen haben. Das ist gut für uns. Und du kannst das schönes Alter sein. Und das ist auch ein Gebet. Das hat viele, was geht dann gar nicht in der Recharschung. Das ist nicht schlimm. Bei einer Eile bett man das. Weil, weil, weil... man bett da etwas, man soll anders arbeiten mit uns. Gut. Ich kann doch das gut beten. Ja? 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 Und was ist? Es ist doch ein Pschad, dass sie kommen auf der Eines zu verbessern in der Welt. Es ist ein Taka schlecht, aber es ist gut. Das ist also wie der erste Bier. Dennoch ist da ein tieferes Bier, welches Retzach in Chzidis, also wie ein Mikve. Zu teilen, zu enteier sein, also es ist mir klar eine gute Sache. Aber sov, sov, ein Mikve ist gekommen zu mit Tare sein Funtume. Dennoch ist da ein Mol, es steht, als die Tare, als alle Kielusse in meiner Meinung. Wo sind die Matare von der Mabel? Pascht auf Megala sein Lekus. Der Rebbe hat gerade gesagt, dass er ein Mikve, aber ein Mikve nicht mit Tare sein Funtume, sondern er sieht wie auf der Teichere Tare. Es ist da eine Sache, und das ist das Mikve, die Tare sein Funtume. Dennoch ist da ein tieferer Bier, als bei MSC, da ist die Gewür ist geschommlich. Die Gewür ist geschommlich, das ist die Tare, das ist das die Matare von der Mabel. Ich sage nicht, es geht wie auf der Welt. Und das ist hier, sehr, sehr, sehr drüchig. Was red sich... Was macht der Bökel, nicht Lökel, das sagt der alte Rebbe, also zu der Inne wenigstens von der Kirche. Man darf zuhören, zu was der Ewigste sagt. Und das ist allemal, jeder Ort ist das zugelassen.